Köln. Joshua steht unter Druck und besorgt sich von einem Dealer Drogen. Doch Freunde und Bekannte halten ihn immer wieder von der Einnahme ab. Szenen, eingefangen ohne einen einzigen Schnitt. Wow! Hast du Feuer? Irre Haare! Der Eröffnungsfilm Lichter der Stadt von Malte Wirz auf dem Filmfestival Films on Demand mit insgesamt 68 Filmen ab morgen online. Untertitelung des ZDF für funk, 2017